Moin Moin, hier ein kurzes Video von dem letzten Livestream vom 3. Dezember, also gestern. Da habe ich im Livestream mit der Einhornwaffe gespielt. Ja, das ist eine Spezialtarnung für die GKS. Kann man sich frei spielen im Schwarzmarkt Level 100 oder 105. Und ja, ich habe das leider aus dem Livestream runtergeladen, deswegen sind hier und da ein paar Framedrops drin und die Qualität nicht ganz so gut. Tut mir leid. Nächstes Mal werde ich es wieder aufnehmen. Und ja, viel Spaß damit. Ich kann eigentlich meine Waffe wieder umstellen. Ich habe hier gar keine Aufsätze drauf. Voll dumm. Hmm, zack, zack. Ah, hängen geblieben. Habe ich. Habe ich. Da ist wieder einer hinter der weißen Dinger da. Laufen bei uns hinten durch, glaube ich. Einer ist am spawnen bei uns. Guck mal, ob ich den nicht kriegen kann eben von hinten. Guck mal, wie der lang läuft. Häh. Ist klar, Junge. Er hat mal ne Runde Bock zu spawnen trappen. Räuft bei ihm. Ach, da kommt da einer grad die Treppe hoch. Da war ja mal richtig Lust, Alter. Oh. Haben wir Glück gehabt. Wie, aber auch in der Ecke stehen, ne? Richtig schlimm, ey. Na, wir kommen jetzt wieder bei Westen hier. Fick dich, Junge. Deine Rumgeschimmelei. Ach, der schimmelt da auch schon wieder rum, ne? Die GKS gefällt mir irgendwie immer besser, Alter. Macht mega Bock. Habe ich. Auch schon wieder zwei hinter dem Weißen. Der Rudi wird, der Rudi wird. Hm. Scheiße. Das ist der Rudi, Alter. Kommando, ich könnte wohl... Bedrohung neutralisiert. Mann. Mann. Ich bin mal von der Seite. Ach, der Titanbibble, genau. Genau. Habe ich. investigación. Ja, ich bin mal auf, habe ich geholfen. Ach. Ich kann mich selber raus. Ja, ja, Alter. Ich bin mal bei. Mann. Mann. Was ist so weit rein? Ich geh wieder zurück Was ist denn jetzt hier Feuerwerk oder was? Keine Munizu mehr Nein Ich hab einfach schon 24 zu 8 Was ist denn bei dir? Nein, 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 ah der ist fast tot, genau, ja sauber Oh Junge ich mach übel zum Fokus hier, was ist los hier? Ah Ja, schon krass Hi, 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 hi Ja, da kommt noch vorn Der holt nicht, das ist so lächerlich, Alter Fluchtschlag kommt Huh, ich geh ab Oh nein, er hat das Schild Verpisst dich mit dem Schild, Junge Hohoho, geile Runde, Mann Das war ne richtig geile Runde, Alter 30-10 horrible Locked Strom Bis zum nächsten Mal.